Leute, es gibt neue Informationen und Leaks zu den Erbstücken und Prestige-Skins in Apex Legends. Genauer geht es bei den Prestige-Skins um diese, die noch keinen vernünftigen Dive-Trial haben, also die alten. Da gibt es nämlich jetzt Leaks, wie die bei den letzten Legenden aussehen, die noch keinen Dive-Trial haben, zum Beispiel Caustic oder Wraith, Bloodhound, Bangalore. Und was habe ich noch? Leaks für die nächsten Erbstücke, Erbstück-Recolor und die Theorie, die ich gelesen habe, dass Respawn und EA vielleicht endlich mal ein bisschen die Monetarisierung von Apex Legends zurückschrauben, dass wir nicht ständig das Gefühl haben, dass es in jeder Season nur um Prestige-Skins geht, um Erbstücke, um Fettkohle rauszuhauen von der Community für EA, für Respawn und so weiter und so fort. Das kann aber auch ein Interpretationsfehler sein. Das ist ein Gerücht, dass wir wahrscheinlich einmal im Jahr zum Beispiel nur ein Legenden-Erbstück bekommen. Und natürlich hieß es ja auch von Respawn schon in Season 21 und davor, dass sie sich extrem auf das aktuelle Katar-Erbstück-Nahkampf-Melee, hast du nicht gesehen? Nahkampf-Angriff, Waffen, Ultimativ, Gedöns. Konzentrieren, ihr wisst, was ich meine. Mir fehlen für das Ding eh die Worte, dass das ausschließlich so extrem auf dieses eine Ding fokussiert ist. Wie auch immer. Komm, wir kommen einfach mal zum Punkt. Zum einen, wer sich bis jetzt wundert, welche Legende dieses Season, Season 21 mit dem Prestige-Skin dran ist. Es gibt leider noch keine Optik, keine geleakten Files, wie Pathfinder mit dem Prestige-Skin aussieht. Aber ich denke, spätestens mit Season-Update oder kurz davor werden wir mit Sicherheit geleakte Bilder bekommen mit Finisher und allem drum und dran. Also Pathfinder soll in Season 21 sein Prestige-Skin bekommen. Erbstück, ehrlicherweise stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, weiß ich jetzt nicht. Aber in Season 22 soll Newcastle wohl endlich sein Erbstück bekommen. Angeblich ein Schwert, ist auch schon vor ewigen Monaten geleakt worden. Und dann soll Bangalore in Season 22 noch ein Recolor für ihr Erbstück bekommen. Lifeline bekommt in Season 20 ein Prestige-Skin. Und in Season 23 kommt ein Lifeline Recolor für ihr Erbstück, was auch nur Sinn macht, weil, zumindest taktisch gesehen, bei Lifeline ja da ein fettes Rework bekommen soll in Season 23, was echt nicht schlecht ist. Und weiter im Text geht es darum, dass wir wohl angeblich, das ist leider nicht bestätigt, wie das eben immer so ist, könnte es sein, dass wir in Zukunft pro Jahr nur noch ein Erbstück bekommen. Und eins weiter drunter steht aber, neue Apex-Artefakte, Customizables und so weiter und so fort. Also neues Zeugs, um einfach dieses Artefakt weiter zu Customization. Dass das taktisch klug ist, verstehe ich völlig. Aber leider verstehe ich auch viele, die sagen, es geht so ein bisschen die Individualität der Legenden verloren. Aber dennoch muss ich sagen, also wenn Respawn schon unbedingt und EA unbedingt da ständig auf Monetarisierung aus sein sollte, weiterhin ist es natürlich geil, wenn es ein Artefakt ist, was alle benutzen können. So haben alle Legenden was davon, als das vielleicht in einer Season zum Beispiel das Caustic-Erbstück. Es sieht so, so geil aus und es gibt so viele Legenden, die einfach hässliche Erbstücke haben, wo ich mir dann sage, Mensch, hätte es nicht so geil, wie das Caustic-Erbstück sein können. So ist es eigentlich geil, dass es alle Legenden tragen können. Alles Geschmackssache. Und jetzt zu den Theorien und den Leaks. Für die Legenden, die einen Prestige-Skin haben, aber noch keinen individuellen Dive-Trial. Wurde schon Ewigkeiten her geleakt, dass die alle noch nachgereicht werden. Das wird auch mit Sicherheit passieren. Das ist nur die Frage, wann. Caustic soll eine Schlangen-Dive-Trial bekommen. Giftige Schlangen fliegen da irgendwie hinterher, stelle ich mir optisch extrem genial vor. Bangalore macht nur Sinn. Raketen mit dichtem Rauch als Dive-Trial. Finde ich auch eine starke Idee. Wraith. Leere Energie als Dive-Trial. Und Bloodhound. Ein Raben-Dive-Trial. Gibt es ein paar kreative Ideen? Ob das so kommt, warten wir mal ab. Lasst mal eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte hier los. Was sagt ihr zu diesem ganzen Erbstück-Gedöns? Ja, nein, vielleicht. Ein Erbstück pro Jahr ist geil. Wenn dann aber alles in jeder Season nur auf dieses Artefakt fokussiert wird, finde ich es natürlich schade, dass Leute, die vielleicht eine Legende mainen, die noch lange ihr Erbstück nicht bekommen und die aber so genial finden, diese Legende. Und dann das Erbstück vielleicht in den Jahren erst kommt. Finde ich schade, wenn man schon bereit ist, in diese ganze Geschichte noch Geld zu investieren. Dann müssen wir mal abwarten. Was genau da noch passiert, werden wir sehen. Ihr erfahrt es von mir. Das war es von mir. Schönen Rest Sonntag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.